Willkommen beim Kanal für Haushaltsspeicherlösungen. Hier ist Aiden, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Wohnzimmer Modern X Design Couchtisch Holz bei Stelltisch mit Lagerregal. Eigenschaften. Erster. Stillvoll, dieser trendige Couchtisch vereint die klaren Linien des zeitgenössischen Stils und der Funktionalität und passt gut zu einer Vielzahl von Einrichtungsgegenständen. Dieser rechteckige Tisch ist perfekt für jeden Raum geeignet, groß oder klein, Wohnzimmer, Apartments oder Schlafsäle. Zweiter. Lagerregal, dieser Couchtisch verfügt über ein unteres Regal, das seinem traditionellen Design eine bequeme Aufbewahrung und geometrisches Interesse verleiht. Mit einem Abstand von 32 cm zur Tischplatte eignet sich das Regal hervorragend zur Aufbewahrung von Büchern, Zeitschriften, Körben und anderen Haushaltsgegenständen. Dritter. Attraktiv und stark, die robusten Beine in X-Form bieten eine stabile Basis und eine mutige, moderne Atmosphäre für diesen Sofatisch. Dieser Couchtisch besteht aus strapazierfähigem MDF-Holz und ist in einer klassischen weißen Farbe lackiert. Er kann bis zu 30 kg in jedem Regal aufnehmen. Vierter. Vielseitig, das niedrige Profil dieses 14,5 Zoll hohen Tisches unterbricht weder die Sichtlinien noch die Unterhaltung, während Sie auf der Couch faulenzen. Verwenden Sie diesen vielseitigen Couchtisch zu Hause, im Büro oder als TV-Ständer für einen 32 Zoll Fernseher. Fünfter. Produktdetails, Materialien, MDF-Holz. Abmessungen L100CMX, B60CMX, H47CM. Abstand zwischen den Regalen 32CM. Tisch- und Regalgewichtkapazität 33LBS. Jeder. Pflegehinweis mit einem weichen, trockenen Tuch oder Staubtuch abstauben. Farbe, weiß lackiert. Im Laufe der Jahre ist Furniture Trends immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in Sarekheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen.